Hallo in Lektion 4, im Tutorial zum Zitieren von Online-Ressourcen. Im Tutorial der Abteilung Informationskompetenz der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol hast du schon alle wichtigen Grundinformationen zu Zitat, Plagiat etc. erhalten. Nun möchten wir uns an konkreten Beispielen ansehen, wie das Zitieren funktioniert. Das Zitieren dient dazu, die Herkunft der Quelle zu belegen. Wird korrekt zitiert, können Personen, die deine Arbeit lesen, die entsprechende Ressource wiederfinden. Dabei geht es immer darum, die Metadaten einer Ressource korrekt anzugeben. Bei Metadaten handelt es sich um Daten über bzw. um die Beschreibung einer Ressource durch die Nennung von Autor, Autorin bzw. Herausgeber, Herausgeberin, Urheber, Urheberin, Illustrator, Illustratorin bis hin zu Erscheinungsjahr, Auflage, Verlag, Art des Mediums usw. Im digitalen Zeitalter haben wir es mehr und mehr mit online verfügbaren Ressourcen zu tun. Dabei ist es wichtig, möglichst persistente Links für Online-Ressourcen anzugeben, um die Überprüfbarkeit über einen längeren Zeitraum hinweg zu gewährleisten. Beim Zitieren einer digitalisierten Zeitung musst du folgende Daten angeben. Den Titel der Zeitung, die Ausgabe der Zeitung mit Jahr, Datum und Nummer der Ausgabe, falls vorhanden. Den Titel des Artikels, die Seitenangabe, den Autor, die Autorin des Artikels, falls genannt. Da es sich in diesem Fall um eine digitalisierte Zeitung handelt, brauchst du noch zusätzlich den URN. URN bedeutet Uniform Resource Name, auf Deutsch einheitlicher Ressourcenname, und ist ein persistenter Identifikator bzw. persistenter Identifier der jeweiligen Ressource. Der URN stellt sicher, dass der Zeitungsartikel immer aufgefunden werden kann, auch wenn ein Portal neu aufgesetzt wird oder die Zeitung im Portal seinen Platz wechselt. Sehen wir uns ein Beispiel genauer an. Du hast im Rahmen deiner Recherche zu den Themen Frauen bzw. Frauenbewegung recherchiert und hast dazu in der Digitalen Bibliothek der Universität Innsbruck einen interessanten Artikel gefunden. Du möchtest den Artikel Krise der Frauenbewegung zitieren. Bei der Zitation eines Zeitungsartikels ist es wichtig, die erste Seite der Zeitungsausgabe anzuschauen, aus der du den Artikel zitierst. Denn dort findest du den vollständigen Titel der Zeitung, die Nummer der Ausgabe, falls vorhanden, das Erscheinungsdatum und ob es sich eventuell um eine Sonderausgabe bzw. Beilage handelt. Direkt aus dem Artikel kannst du dir den Titel Krise der Frauenbewegung holen und für den Beleg deines Zitats notieren. Genauso kannst du dir die Seitenzahlen notieren. Falls ein Autor eine Autorin genannt ist, findest du den Namen direkt unter dem Artikel. In den historischen Zeitungen der 1920er Jahre wird der Autor die Autorin jedoch oft nicht angegeben. Eine Möglichkeit, dies in deinem Beleg abzubilden, wäre die Abkürzung OV, am Beginn des Belegs anstelle des Namens. OV bedeutet ohne Verfasser. Um die Metadaten zu überprüfen, kannst du in den Reiter Titel wechseln. Hier finden sich der Titel der Zeitung und die verfügbaren Ausgaben der Zeitung mit Datum. Außerdem ist hier auch der URN hinterlegt. Wenn du auf das Icon I neben dem URN klickst, öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier ist auch der aufgelöste Identifikator, also der in einem Link aufgelöste URN angegeben. Die sogenannte PURL-Auflösung, die den URN enthält, sollte im Zitat angegeben werden. Ein korrekter Beleg für diesen Artikel würde demnach wie folgt aussehen. Im Portal Tessman Digital erfolgt das Zitieren der einzelnen Artikel im Prinzip ähnlich. Auch hier hast du einen relevanten Artikel zum Thema Frauen und Politik gefunden, mit dem Titel »Die Erziehung der Frau zur politischen Reife«. Wenn man den Scan des digitalisierten Zeitungsartikels zitieren möchte, so muss man zusätzlich zu den oben genannten Angaben die entsprechende URL zur Seite in der Standardansicht in Tessman Digital als Quellen-Nachweis anführen. URL bedeutet Uniform Resource Locator und ist der Link, der direkt zur digitalisierten Zeitungsseite in diesem Portal führt. Die URLs in Tessman Digital ändern sich zwar grundsätzlich nicht, doch da es sich nicht um echte persistente Identifier handelt, sollte man den Tag des letzten Seitenaufruhrs angeben. Über die einzelne Zeitungsseite kannst du den URL angeben. Also den Link mit dem Zusatz »Eingesehen am«. Dies zeigt an, dass diese Quelle zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgerufen wurde. Unser Beleg zu diesem Artikel sieht also so aus. Du hast nun alle wichtigen Metadaten deiner Quelle gesammelt und kannst diese in deine Quellenangabe übertragen. Lege von Anfang an ein Quellenverzeichnis an und aktualisiere es laufend. Das war das zweite Tutorial zum Thema Zitieren von Online-Ressourcen. Zeitung Untertitelung des ZDF, 2020